Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemm-Baustein-Lyrik und eins von den Ideasets, die ja noch in der Mache waren, war Winnie the Pooh. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, aber Lego hat mit Vehemenz heute das Ganze wieder uns ins Gedächtnis gebracht, weil das Set nämlich angekündigt wurde und hier sehen wir es nämlich auch. Es ist Lego Ideaset Nummer 34, in der Hoffnung, dass sie diesmal das mit den Nummern auch nicht durcheinander gebracht haben. 1265 Teile wird es enthalten und kostet knapp 100 Euro, nämlich 99,99 Euro und am 18. März kann schon vorbestellt bzw. vorgekauft werden, wer die Punkte sammelt. Offiziell wird es dann der 1. April, wo das Set dann zu haben ist. Und ja, es ist eben Puh der Bär, wie wir es hier in Deutschland ja sagen. Ich habe mich dafür tatsächlich nochmal wieder ein bisschen durch die Wikipedia-Artikel, ja, gequält ist übertrieben, aber tatsächlich, ich ändere mich natürlich an den kleinen Kerl hier und weiß auch, dass ich das irgendwie immer mal als Kind, glaube ich, dann realisiert habe, aber man kann mich, glaube ich, jetzt nicht Puh der Bär-Fan nennen. Immerhin gibt es das aber das Jugendbuch schon seit 95 Jahren. Also 1926 gab es nämlich das erste Buch und dass dann Disney nicht nur darauf aufmerksam kam, sondern sich auch Rechte gesichert hat, das war dann Anfang der 60er und seitdem gibt es eben auch Filme und Serien und ja, immer mal wieder Winnie the Pooh, so hieß noch das Buch und ich glaube, Disney hat es dann Winnie Pooh nur noch genannt. Und wir sehen hier schon und das ist, glaube ich, mit das Highlight des ganzen Sets die Minifiguren. Mit unserem, ja, Pooh ist, das habe ich auch tatsächlich so offiziell auch sozusagen von dem Autor vorgesehen gewesen, ein eher einfach gestrickter Bär. Dem geht es vor allem um den Honig. Dann hat er hier noch den Rabbit, das ist der Hase. Dann gibt es den Ia, das ist der Esel, der auch so ein bisschen depressiv, glaube ich, ist. Also im Englischen heißt er Ayor. Ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich auch von diesem Ia. Dann haben wir hier ganz rechts den Tiger, das ist Tigger. Und dann als wahrscheinlich noch das bekannteste, das Ferkel, das ihm eben immer zur Seite steht. Und ja, das, was es hier im Set gibt, ist genau diese Minifiguren. Plus, das muss man dann mit in Kauf nehmen, eben ein Haus mit Baum drauf. Das sehen wir hier. Und auch mit dem Original Mr. Sanders. Ja, was ist es nun? Ist es bedruckt oder ist es geklebt? Ich befürchte bei vielen anderen Sachen, ist es geklebt? Wenn wir hier nämlich mal bei dem Schild hier oben gucken. Das sind definitiv Aufkleber. Bei dem war ich mir jetzt nicht so sicher. Ich befürchte so, der entsprechenden Regel folgend könnte es auch sein. Aber das werden wir dann mit einem fertigen Modell sehen. Witzig sind, dass natürlich das Thema Honig sich durch dieses Set deutlich zieht. Erst recht, wenn wir gleich in den Baum bzw. das Haus mal reingucken. Und da sehen wir hier schon, dass wir sogar die Bienen haben. Da hoffe ich jetzt sehr, dass das Drucke sind. Und die kann man, glaube ich, auch tatsächlich mal anders auch verwenden. Das finde ich witzig. Diese auf Transparenz gedruckten Bienchen, die jetzt hier um, ja, den Bienenstock da rumfliegen, vermeintlich. Da haben wir gleich da oben auch noch einen. Mir graut zwar schon vor diesem Baum, das fand ich ja schon bei der Schmiede grauenvoll, aber nichtsdestotrotz, ich sage ja, die Minifiguren sind es dann wahrscheinlich. Also, und dann hat man eben noch so ein einsames Schild hier. Das hier zum 100 Ackerwood, bzw. im Deutschen heißt es 100 Morgenland. Und das ist da, wo ein Hauptteil, nämlich der Story, auch spielt. So, jetzt haben wir das Titelbild gesehen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Rückseite an, der Schachtel. Und da sehen wir nämlich auch einen Großteil des Hauses jetzt, mit, glaube ich, für Fans viel zu entdecken. Ich selber bin da ein bisschen ratlos. Die Poo Sticks scheinen irgendwas ganz Besonderes zu sein. Dann haben wir hier natürlich, ich glaube, das soll, ist das eine Uhr, glaube ich, oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da Bienen auf, als Aufkleber, auf was Rundem. Natürlich überall Honig. Also, und dann auch tropfender Honig. Das sieht man hier oben ist, da ist Honig. Und dann sind geschlossene kleine Honigteile auch da. Was haben wir hier? Ich glaube, das könnte wahrscheinlich dann das Ofenrohr sein, würde ich mal sagen. Man kann hier sitzen. Man sieht, ach Mensch, Ticker hat auch ein schönes Herzchen da. Hier haben wir den Eingangsbereich. Da gibt es auch ein bisschen Tee. Und, ja, das werden wir gleich noch sehen, wenn wir die Tür wieder zumachen. Da gibt es noch einen Spiegel und noch so einen kleinen Stuhl hier. Ja, kann man es sich gemütlich machen mit einem Buch. Eigentlich Puderbär. So soll es wahrscheinlich sein. Das Ganze ist aufgeklappt. Auch das sehen wir hier. Da sind Klammern. Das heißt also, es ist kein Puppenhaus in dem Sinne, dass es nur offen dasteht, sondern man kann zuklappen und dann hat man das geschlossene Haus eben mit entsprechendem Baum da drauf. Ja, das gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Da sagen wir uns die Maße auch. 24 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter breit. Ich finde für, ja, was sagte ich gerade eben, immerhin 1265 Teile kommt es mir fast noch ein bisschen klein vor. Aber gut, man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein, um nichts zu sagen, muss es in der Hand halten, um das dann auch wirklich einschätzen zu können. Lustig hier auch für den Vogel. Das ist, glaube ich, ja, für den Vogel, glaube ich, hier. Oder soll es auch eine Uhr sein? Ja, bis zum Review. Das Set werde ich mir wahrscheinlich ja noch kaufen, weil ich bisher von Ideas alles habe. Werde ich dann bis dahin vielleicht nochmal rausgefunden haben. Und andere werden es wahrscheinlich genauer wissen, was das hier für ein Vogelhäuschen mit Schnur dran ist. Hm, ja, siehste. Das für andere Kindergeschichten hätte ich mehr gehabt. Da sehen wir die Minifigur nochmal. Die wirklich, die sind wirklich cool. Also die sind ja auch alle extra hierfür generiert. Also das, die gab es vorher alle nicht so. Und die finde ich, sie sehen wirklich cool aus. Also gerade auch das depressive IA hier und, und, und. Also, ja, das ist, glaube ich, das, was wahrscheinlich viele zieht. Und vielleicht auch der Honeypot hier, den wir hier haben. Also den kann man auch immer gebrauchen. So, das sind jetzt die Bilder nochmal ohne die Verpackung drumherum. Beziehungsweise hier gucken wir nochmal auf, na, sei ja, das Vogelhäuschen mit Gebinsel. Und nett gemacht hier in klein zumindest, dann auch so ein paar Vorhänge. Ja, genau. Also, und guck mal, da können wir auch ein bisschen ins Buch gucken. Das ist, ist es Winnie Pooh? Doch, sieht eigentlich so aus. Ein Bär vorne drauf, würde ich jetzt mal sagen. Auch leider wohl Aufkleber. So, hier haben wir dann nochmal einen Blick auch auf die andere Seite. Jetzt ohne die Figuren. Hier gibt's immerhin auch noch so einen Plan vom Wald als Aufkleber. Auch das sicherlich eine schöne Anspielung, die man als Fan wahrscheinlich großartig interpretieren kann. Ja. Ich finde es auch ganz cool, wie hier übrigens die Wurzeln gemacht sind. Also, das haben sie auch schön hingekriegt, dass die Tür hier reingeht. Mr. Sanders übrigens, ja, so heißt es da, wo er wohnt. Das stand da aber wohl schon, als er eingezogen ist. Ich finde diesen Türklopf übrigens auch eine nette Idee. Auch wenn er hier andersrum funktioniert, dass er unten hakt und oben klopft. Aber, ja, irgendwas ist ja immer, ne? Immerhin glaube ich, dass es diesmal keine großartige Kritik gegeben wird bezüglich der Änderungen und Anpassungen gegenüber dem Ursprungsentwurf von Ben Elder. Nämlich das Ursprungsmodell, ja, nee, da finde ich tatsächlich das Neue deutlich besser. Es ist irgendwie, ja, kindgerechter aus der Sicht vielleicht von früher. Es ist irgendwie viel detaillierter. Natürlich die Minifiguren auch viel cooler, obwohl es auch irgendwie was hat, wenn hier Tigger entsprechend gebaut wurde mit seinen abstehenden Armen und Beinen. Also, ja, ist auch irgendwie witzig, aber, nee, das finde ich da doch ein bisschen sehr traurig gegenüber dem, was sie dann draus gemacht haben. Also, nö, da würde ich mal sagen, ist die Änderung deutlich gelungen. Ach, das ist auch dieser Baum, sieht so irgendwie so nichtssagend hier aus. Ohne das jetzt, das ist schon ein tolles Modell. Gerade diese schiefe Tür übrigens hier, die finde ich auch cool gemacht. Aber, nee, da finde ich den neuen Entwurf jetzt, das, das, das cool. Also, das gefällt mir auch sehr, auch wenn die Tür jetzt nicht mehr so schön schief ist. Und auch diese, diese Pilze, aber die hatten wir auch zum Beispiel, ich glaube, letztens im Ideaset hatte ich sie so ähnlich. Und guck mal da auch wieder ein bisschen Honig direkt neben dem Feuer. Na gut, dann ist er zumindest streichzart. Schön ein bisschen und das farbiges, verschiedenfarbige Dächer oder Dach hier mit auch dann dem Ofenrohr, das hier rauskommt. Also, schöne Details, wenn man, wenn man darauf steht eben. Hier haben wir nochmal so ein bisschen die Minifiguren. Und dann kommen wir jetzt zu den Lifestyle-Bildern noch und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Und viel mehr wird es dann allerdings auch nicht. Hier sehen wir nochmal Winnie-Pooh, wie er da auf dem, auf dem Ast sitzt, hätte ich beinahe gesagt, auf ein bisschen Holz. Und dann ansonsten, ja, da haben wir jetzt auch nichts Neues, glaube ich, was wir da entdecken. Ja, auch von der Seite wird es nicht besser oder anders. Also, ja, für Fans, würde man wahrscheinlich sagen. Also, wer damit gar nichts anfangen kann und nicht den Druck verspürt, irgendwie von Ideas alles kaufen zu müssen. Hier sehen wir jetzt nochmal den Spiegel auch tatsächlich. Der, auch ein Aufkleber sicherlich, der, den lässt das hier kalt. Also, das ist dann nicht seins. Also, da muss man schon seine Affinität für Winnie-Pooh haben oder Puderbär. Hier haben wir noch das und dann, jetzt habe ich extra nochmal nachgelesen, das ist richtig so. Also, eigentlich soll es natürlich heißen Ring-Also, aber in der Geschichte steht da ein Nick, also verschrieben, dass dieses Schild dort zu finden ist. Als Aufkleber, wie wir sehen. Aber immerhin haben sie es richtig gemacht. Ich habe, glaube ich, nachgelesen, es gibt wohl auch irgendwelche Disney-Produkte, wo sie Ring-Also geschrieben haben und da wird der Fan wohl fuchsig, weil das eben nicht so ist. Das steht da eben nicht original. Mr. Sanders, sehen wir es da auch nochmal, glaube ich, in der echten Schreibweise. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen weiter raus, nicht nur, sondern uns auch weitere Lifestyle-Bilder ansehen. Ja, dieses, diese, dieses Blätterwald, ich bin da ja kein Fan von. Es sieht nachher schön aus, solche Sachen, auch mit diesen schönen, einfachen Blättern. Aber, ja. Und auch das, ich muss das mal machen. Ich glaube, das hat mehr Stylishes hier, wenn man tatsächlich mal seine Teile in so schöne Schlüsselchen packt. Ich kippe die einfach so auf den Tisch und dann wird gebaut. Ja, das ist eben, das ist nicht Style. Und wir sehen hier immerhin, Family hat auch ein bisschen Bild dazu gemalt. Ich habe immerhin mal das Gefühl, das ist mal nicht so eine ganz durchgestylte Wohnung. Natürlich irgendwie alles sauber. Aber das ist gefühlt so was, wo ich sagen würde, ja, das ist so ein Zimmer mit Küche, wie es in Dänemark wahrscheinlich üblicher ist. Das, ja, könnten also, keine Ahnung, ob das auch Mitarbeiter sind oder wirklich Models. Keine Ahnung, ich habe jetzt das Gefühl, diese Dame schon mal gesehen zu haben. Aber bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. So, jetzt sehen wir es nochmal. Wie sieht es denn auf der Anrichter aus? Übrigens ein 18-Plus-Set. Das ist ja wie bei Sesamstraße schon ja doch so ein bisschen, was man einigen erst mal erklären muss. Wieso denn so ein Kinderset zu einem Kinderthema 18-Plus ist? Ja, weil wahrscheinlich eben die, die es heute noch interessiert, eben damals Kinder waren und nicht mehr heute. Und außerdem erst mal das Geld haben müssen, um 100 Euro dafür auszugeben. Es ist aber, so wie ich das zumindest sehe, äußerlich ein Set, das durchaus auch dafür geeignet ist, bespielt zu werden mit diesen Figuren. Also, das würde ich jetzt mal sagen, da gab es andere 18-Plus-Sets, wo ich meinen Sohn nicht ranlassen würde. Das finde ich, glaube ich, ganz lustig. Mal sehen, ob ich das Buch mir vielleicht nochmal hole und dass man dann mit meinem Sohn das mal lese und dann bauen wir dann das Set dazu. Das stelle ich mir eigentlich als ein nettes Happening dann vor. Mal sehen, ob es funktioniert. Das werde ich dann hier berichten. Guck mal hier. Aber wenn die beiden hier schon so glücklich sind und so verträumt, also das Mädchen irgendwie fasst und sie auch irgendwie, keine Ahnung, das läuft da was im Fernsehen links oder wo guckt die hin? Naja, gut. Aber jetzt gucken sie auch mal auf das Modell. Dann, wenn die schon so verträumt sind, dann muss das ja schön sein. Ah, da ist es. Es ist immer ein Bild, da muss Maß genommen werden. Da wird so auf Kimmer und Korn fixiert und hier ist es. Da wird genau. Man fragt sich immer, was passiert da so, aber es passiert sicherlich Gutes und Sinnvolles. So, da mit diesen schönen Bildern, da sind wir, sehen wir schon, sind wir am Ende. Also, was haltet ihr davon? Ist es genau euer Ding? Seid ihr begeistert oder lässt euch das völlig galt, wenn man hier übrigens endlich auch einmal sieht, wie das dann von hinten zugeklappt aussieht. Das sah man vorhin nämlich noch nicht. Ja, haben wir das also auch und damit sind wir durch. Dann bleibt ja noch ein paar Ideasets. Ich glaube, sechs fehlen immer noch, die uns jetzt in den nächsten Monaten, teilweise ja Jahre, noch anstehen. Also sind wir gespannt, was da noch kommen wird und damit sind wir mit Winnie Poo durch. 18. März, wie gesagt, kann man es dann kaufen und tschüss.